Hallo und damit herzlich willkommen zu Cry of Fear. Ja, hier mal noch vor dem Kettensägen, Typie. Mal schauen, wie lange wir brauchen werden. 3 Folgen, 4 Folgen. 100 Folgen. Ewigkeiten. Gut, ich streng mich an. Ich verspreche es. Ich streng mich echt an jetzt. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Alle Daten noch mal checkt. Maus. Kastatur. Nein, ach, Magazin. Warum? Ich vergesse es immer. Yes. Wo ist er? Wechseln? Wo ist er? Da? Nein, einmal. Oh, ich bin so schlecht. Ich habe zu lange gebraucht, um zu wechseln, weil ich die dunklen Tassen ja nicht sehe. Okay, jetzt muss ich, wie mache ich das jetzt? Okay, warte mal, ich kann ja langsam laufen. Wieso? Das ist blöd, wenn man das da vor einfach nicht kann, ne? Okay, jetzt habe ich mich wieder erholt ein bisschen. Wie muss er? Hinter uns. Hinter uns. Immer noch hinter uns. Ich brauche mich auch nicht länger zu stehen zu bleiben. Ich muss. Nein! Das Magazin ist auch leer. Shit. Kamara. Was ist immer noch? Wo renne ich denn hin? Oh meia, ey. Ich hab echt, ey. Okay. Okay. Lauf, 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 lauf. Okay, okay. Ah! Sorry. Okay, okay. Zwei. Run, run, run. Stop, rauf. Ups, 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 ups. Okay, renn weg, renn weg, renn weg. Ei. Okay, ach, wir können nicht mehr sprinten. Scheiße. Oh, ich, oh Gott, er ist direkt hinter mir. Ich... Schieß, schieß! Lauf, lauf! Oh Gott. Mein Herz, Leute. Mein Herz schlägt so schnell. Ich glaube das nicht. Woa, 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 lauf! Ach, scheiße, ich kann nicht rennen. So nicht mehr schnell. Ah, verdammt. Okay. Wechseln. Ah, wir sollen noch nicht fertig mit wechseln? Ich versuche ein bisschen auf die Geräusche zu achten. Der ist ja genau hinter mir. Wollt. Okay, hin. Wechseln, ich habe gewechselt. Scheiße, das war kacke wie sterben. Oh, das war mega schlecht gerade. Das war mega schlecht. Aber jetzt habe ich einen falschen Rhythmus. Okay, okay, okay. Okay. Ja, Patrone. Ja, also mach ich fertig. Zwei. Schneiden. Okay, weg, 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 weg. Ich habe kein Magazin mehr bald. Sondern wenn das so ein Magazin schaffen. Ich darf nicht so viel daneben schießen. Nein! Nein! Ah! Ich raste aus! Das ist doch nicht euer Ernst! Fuckin! Ah, ich wollte mich gerade nicht zusammenreißen. Ich war so gut. Ich war so scheiße gut. Wir hätten es echt schaffen können. Mann! Das Blöde ist auch, ich habe meine Taste, meine Maus, nur so doof auf so einer blöden, kleinen Buchs. Nein. Das ist verletzend. Da habe ich auch nicht so viel Radius. Ob ich meine Hand bewegen kann. Ah! Wie sollen wir das schaffen mit nur sechs Magazinen? Das geht doch gar nicht. Scheiße. Okay. Mit ein bisschen Konzentration ist das jetzt möglich. Na, dauert es halt zwar mal ein bisschen. Aber... Gut. Wir kriegen es denn. Ich habe jetzt meine Hoffnung in der vorherigen Folge noch. Da hat es irgendwie überhaupt keine Hoffnung, dass wir das schaffen. Okay. Ich bin bereit. Los. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf. Okay. Wir haben keine Batterie, wollte ich gerade sagen. Ohohohohoho. Da. Ohohoho. Okay. Zwei. Okay. Weiter. Sehr gut. Das war sehr gut. Weiter so. Bisschen Selbstmotivation hier. Jetzt rennt er uns erstmal wieder hinterher. Aber wir ruhen uns erstmal ein bisschen aus, also wenn unsere Sprintanzeige wieder steigt. Okay, da ist er. Weiter, weiter, weiter. Und weiter. Das war nicht gut. Er war noch nicht bereit. Nein. Okay. Patrone. Viel zu langsam. Okay. Und hin, 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 hin. Ich habe doch schon gewechselt. Hau zu, hau zu, hau zu. Nochmal, nochmal. Und weg, weg, weg. Na. Der reagierte immer nicht so schnell. Ich habe ganz oft die zwei schon gedrückt, damit wir die Waffe auswählen. Also das Messer. Das hätte besser laufen sollen. Ach Scheiße, er liegt schon. Weg, 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 weg. Einfach nur weg. Ich sehe ihn jetzt nicht. Ist mir auch egal. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Vier Magazine noch. Okay. Okay. Okay, Patrone. Okay, er ist down. Schneller, 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 schneller nochmal. Und weg, 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 weg. Okay. Wieder wechseln. Okay. Ich bin echt ruhig, Leute. Aber ich muss das sein. Ich muss mich konzentrieren. Sonst schaffen wir das nie. Okay. Ein paar Runden. Okay. Das war zu früh. Auch zu früh. Okay. Schnell. So, rauf, rauf, rauf. Einfach auf. Rauf, rauf, rauf. Nein, nein, nein. Jetzt wollte ich, jetzt wollte ich es unbedingt. Scheiße. Ich wollte. Oh Leute, wir hätten es jetzt geschafft. Wäre ich nicht so ungeduldig gewesen, hätte ich einfach noch eine Runde gemacht. Hätte ich einfach nur noch eine Runde gemacht. Verdammt, warum? Ach Gott, wie lange hat das jetzt gedauert? Fünf Minuten? Länger? Scheiße. Okay, es ist machbar. Es ist machbar. Ich kann es. Ich kann es. Ich kann es. Wir kriegen es hin. Jetzt schaffen wir es. 100%ig schaffen wir es jetzt. Ah, das war, das war Übermut jetzt. Ich wollte es jetzt schnell beenden. Scheiße. Okay. Vergessen. Schnell wieder vergessen. Neuer Versuch. Puh. Ich bin echt, ey, das ist echt entsprengend. Ich bin die ganze Zeit voll angeschritten. Band. Okay, weiter. Na, okay. Okay. Zwei. 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 Nochmal. Das Problem ist auch meine Hände. Auch mal zittern. Verdammt. Nervös bin ich. Wo ist er, wo ist er? Ich kriege mir keine Patronen mehr. Oh, da ist er schon. Hau, 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 Simon. Und dann weg. Dann einfach nur weg. Tut mir leid, dass wir die ganze Zeit mehr in dem ich das Gesicht sehen müssen. Aber wenn ich so angestrengt gucke... Oh je. Uhuhuhu, da ist er ja schon. Er kann nicht mal stehen. Hinter mir. Das frage ich. Er ist immer hinter uns. Ah! Das geht ja auch. Aber das ist scheiße so. So will ich das nicht. So will ich das nicht, kacke. Weiß nicht, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich hoffe, dass es nicht jetzt immer so... Ich habe noch einen Schuss. Ne, ich habe keinen Schuss mehr. Weiß nicht... Nein, jetzt... Ja. Wechsel. Lauf weg. Wir machen es jetzt auf Nummer sicher, auch wenn dadurch unsere Patronen leiden. Scheiße. Okay. Sorry, aber... Das heißt, wir verschwenden jetzt auch unsere letzte... Nie, auch noch. Ich versuche jetzt aber, nicht daneben zu zielen. Okay. Und rauf. Wechsel! Verdammt! Hau zu! Oh Gott, Leute. Genau. Was? Ich bin so erleichtert, ey. Oh ja. Meine Hand. Meine Hand tut so weh. Keine Muni mehr. Die Hand. Das war's für heute. Wait, why are you wearing a gas mask? Are you stupid or something? Do I look like I wanna turn it to one of them? I can't trust you. I don't know if you're real. Just leave me alone. Hey, who is that doctor? Ja, wer ist dieser Arzt? Doktor? Wer auch immer, wie auch immer. Und ich sehe ein Speichergerät. Yippie, yippie. Sorry, es geht grad mit mir durch. Ich freu mich, dass wir diesen blöden... Ja, er war einfach mal blöde Gegner, dass wir den besiegt haben. Oh, eine Cola-Flasche. Okay, gut. Wir speichern. Wir speichern sowas von. Äh, ich nehme mal einen anderen Speicherpunkt, einen etwas älteren. Den da. Ne, den da drüber. Vorsichtshalber, man weiß ja nie, ne? Vielleicht komme ich auf die lustige Idee, diesen Bosskampf nochmal zu machen, in der Hoffnung weniger Patronen zu verschwenden. Hehehe, nein. Nein, werde ich nicht tun. Okay, da ist der Doktor hin verschwunden. Ich weiß nicht, ich habe jetzt blöderweise nicht auf die Uhr geguckt. Aber nur Endgegner zeigen ist auch doof, oder? Ihr wollt bestimmt jetzt noch ein bisschen weiter sehen. Ja, wir probieren mal noch ein paar Minuten. Achso, da kommen wir wieder hoch. Da wollen wir natürlich nicht hin. Und bevor wir überhaupt weitermachen, rüsten wir uns mal wieder besser aus. Und zwar so, auch wenn wir da kaum noch Muni haben. Wir haben ja eh gespeichert gerade, ne? Alles, was uns jetzt passiert, ist nicht so schlimm. Ja, da kommen wir natürlich nicht hin, wo der Doktor langgegangen ist. Wir müssen natürlich diesen anderen Weg hinnehmen. Juhu. Oh, wer zum, was zum, ich? Bitte, was? Nein! Nein! Ganz bestimmt nein! Kacke! Kann man den mit nem Messer besiegen? Ich probier's jetzt mal. Kommt, Leute, wir probieren jetzt einfach mal aus. Ich werd sowieso neu laden. Könnt ihr mir glauben. Schön. Aha! Seht ihr? Die sind gut. Die sind gut mit nem Messer zu besiegen. Äh, oh. Das wollte ich nicht. Sorry. Ähm. Load Game. Tada! Oh! Shit! Ja, ich glaube, ihr seht mich nicht mehr. Das Spiel ist abgestürzt und ich hoffe, die Aufnahme ist nicht für den Arsch. Ja. Ne? Ja. Haha. Ihr habt mich also doch noch gesehen. Das Spiel ist halt nur ausgegangen. Ich werd an dieser Stelle, ähm, ja, jetzt einfach mal eine Pause machen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne macht es gut. Tschüssi! Schrauel, ihr habt mich schon абired wenn ich zum Beispiel bitte. Das am fürs Untertitelung des ZDF, 2020